Übrigens, das haben wir noch nie gemacht. Wo kommen wir denn dahin, wenn das jeder machen würde? Wow! Voll der Burner! Ja, hallo, da sind wir zwei Hübschen wieder und heute haben sie uns mittendrin erwischt. Wir sind nämlich in einer Schulung. Ja, wir wollen ja besser werden. Einer Service-Verbesserungsschulung. Und wir fangen jetzt mal an. Der Kollege muss jetzt bestimmte Antworten lernen. Die müssen einfach wie von der Pistole geschossen müssen. Die kommen bei Anfragen. Fangen wir mit der ersten Antwort an. Das ist noch die einfachste und wir müssen da Variablen bilden. Aber das werden wir mit den anderen Antworten machen. Und zwar die erste Antwort auf eine Anfrage, nämlich das geht nicht. Ja, merken, das geht nicht. Eine relativ einfache Formel, wirkt aber immer, ist der absolute Totschläger in allen Service-Anfragen und Lebenslagen. Ja. Und jetzt die zweite Antwort. Ja, es wird schon schwieriger. Das haben wir noch nie gemacht. Ja, obwohl wir das vielleicht gemacht haben und auf die Nase gefallen sind, offiziell, das haben wir noch nie gemacht. Damit schieben wir auch alles richtig elegant weg, Herr Kollege. Wunderbar, ne? Also, das geht nicht und das haben wir noch nie gemacht. Kann man sogar kombinieren. Dann wirkt das etwas stärker und überzeugender. Ja. Und jetzt kommen wir zur dritten Antwort. Und das ist schon so eine Kombination, bei der man auch die Zeiten ändern kann. Spannend. Total spannend. Wo kommen wir denn dahin, wenn das jeder machen würde? Ja. Und jetzt kann man die Zeiten ändern. Wo kämen wir dahin, wenn das jeder machen würde? Der Wahnsinn, ja. Das geht nicht. Wo kommen wir denn dahin, wenn das jeder machen würde? Ha. Man kann das untereinander wunderbar kombinieren. Übrigens, das haben wir noch nie gemacht. Wo kommen wir denn dahin, wenn das jeder machen würde? Wow. Voll der Burner. Ja. Wir schlagen sie alle, ne? Das ist Service as it best. As it's, it's, it's best. Yes. Sorry. Okay. Spaß beiseite. Ja. Es gibt Antworten, da gehen einem die Nackenhaare hoch als selbstständigen Team, als Solopreneure. Nämlich, das geht nicht, ja. Oder, das haben wir noch nie gemacht. Oder, wo kommen wir denn dahin, wenn das jeder machen würde? Ja. Wo kämen wir denn auch dahin, ne? Also, von daher, das geht überhaupt nicht. Blöd. Widerspruch in sich. Das geht überhaupt nicht, dass man das als Antwort bringt. Es muss immer eine Lösung geben. Das geht nicht. Das haben wir noch nie gemacht. Klar sind wir noch nie auf den Mond geflogen. Aber irgendwann ging es. Und dann sind wir auf den Mond geflogen. Und wir haben Smartphones entwickelt. Und laufen mit Aluhüten rum. Und was... Oh ja, Entschuldigung. Also, einige laufen mit Aluhüten rum. Und das geht auch, ja? Wo kommen wir denn dahin, wenn jeder mit dem Aluhut rumlaufen würde? Das ist einfach kein Aluminium mehr. Also, was haltet ihr von solchen Floskeln? Lasst es uns wissen. Und jetzt gehen wir in das Pfingstwochenende. Erholt euch gut. Ja, das haben wir noch nie gemacht. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Ciao. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020